Knapp anderthalb Jahre nach ihrer Verhaftung startet an diesem Montag der Prozess gegen die mutmaßliche Sexualstraftäterin Ghislaine Maxwell. Die Ex-Partnerin des verstorbenen Multimillionärs Jeffrey Epstein ist unter anderem wegen Verführung Minderjähriger zu illegalen Sexhandlungen und Mein Eid angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, junge Mädchen angeworben und ihrem langjährigen Lebensgefährten zugeführt zu haben. Epstein war 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden.